Du bist auf der Suche nach einem guten Drucker, der das hier kann, oder das hier, das hier, oder das hier. Das Ganze je nach Ausführung noch mit Fax oder in Farbe, dann bist du genau richtig hier. Wir checken heute den perfekten Drucker für dich hier auf VideoCheck. Mehr dazu nach dem Intro. Schön, dass ihr angeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer und ich nehme Produkte immer genau unter die Lupe. Heute handelt es sich um einen Drucker. Genauer gesagt, ein Multifunktionsdrucker. Und noch genauer, ein Drucker der Marke Samsung aus der Express-Serie. Vorab, es gibt verschiedene Versionen, sind hier alle drunter verlinkt. Das Grundprinzip ist gleich. Farbe mit Fax, ohne Fax, mit Scanner, ohne Scanner, mit WLAN, ohne WLAN, NFC, ohne NFC und so weiter. Das Prinzip ist aber überall wirklich gleich. Entscheidend war bei mir Preis, Leistung und natürlich auch die folgenden Kosten. Was nützt mir ein günstiger Drucker, wenn der Seitenpreis bei über 5 Cent liegt? Deshalb fiel meine Wahl auf die Express-Serie. Die Schwarz-Weiß-Variante, warum? Ich habe den hier für mein Büro. Ich brauche bloß Schwarz-Weiß und da würde Farbe für mich gar keinen Sinn machen. Wichtig war für mich, dass ich scannen kann. Das Ganze zum Computer scannen kann. Dass ich kopieren kann, dass ich drucken kann, ohne dass ich irgendwie ein Laptop oder irgendwas verbinden muss. Dass ich nicht erst die Daten von meinem Handy auf den Rechner ziehen muss, um das dann auszudrucken, sondern direkt vom Handy auf den Drucker vom ganzen Haus aus vor allen Dingen das Ding steuern. Ich kann es über IP-Adresse steuern. Ich habe es einfach per Fritzbox mit eingebunden. Ich muss es nicht großartig einrichten, denn ich hasse es, wenn ich etwas stundenlang einrichten muss. Ich muss einfach nur die WPS-Taste drücken. Die gibt es auch nochmal am Router. Und dann die WPS-Taste am Drucker selbst und schon läuft der Bums. Ich finde es nach wie vor faszinierend. Ich würde sagen, kommen wir doch mal direkt zu den Druckkosten. Was kostet uns hier ein Druck? Was kostet ein Toner? Ist der Toner-Nagel neu, kann man damit 1000 Seiten drucken. Keine Angst, das ist natürlich sehr teuer. Wir liegen dann bei 3 bis 5 Cent pro Seite an Druckkosten. Das ist viel, viel zu hoch. Aber ihr habt zwei Möglichkeiten. Das Schöne ist auf jeden Fall, wir brauchen keinen Original-Toner kaufen. Und noch schöner ist, wir kommen auf über 3000 Seiten mit einem Toner. Ihr deaktiviert einfach die Funktion Toner-Low und dann könnt ihr mehr wie 1000 Seiten mit einem Toner drucken. Außerdem müsst ihr nicht den Original-Toner nachkaufen. Ihr könnt zum Beispiel von Schneider und Konsorten einen Toner bekommen, der zwischen 20 und 22 Euro kostet. Und somit kommt ihr fast auf 0,5 Cent, also einen halben Cent pro Seite. Wenn ihr dann 10 Toner bestellt, dann wahrscheinlich auch unter diese 0,5 Cent Marke. So viel schon mal zu den Druckkosten. Zwei Jahre Garantie haben wir auf die Kiste. Der schafft in der Minute insgesamt 20 Seiten schwarz-weiß. Das Einzige, was mir nicht ganz gut gefällt, was ich aber in Kauf genommen habe, ist, dass wir keine Papierkassette haben. Natürlich, der Vorteil ist eindeutig. Wir sehen sofort, wenn es alle ist. In der schwarz-weiß und in der Farbvariante gibt es vier verschiedene Modelle. Ich habe euch alle unter dem Video in der Infobox verlinkt. Achtung, das sind Kombi-Links. Das heißt, für schwarz-weiß einmal drücken und einmal für bunt einmal drücken. Und dann seht ihr auf jeden Fall die Preise. Außerdem muss ich den Drucker nicht jedes Mal wieder einschalten. Der ist in der Schlaffunktion und wird durch das WLAN bzw. durch NFC automatisch geweckt. Das heißt, ich muss ihn nicht selber vorwärmen. Er kümmert sich um alles von selbst. Wichtig war für mich auch die Kopierfunktion. Das heißt, dass ich nicht immer zum Copyshop rennen muss. Wenn ich mal etwas kopieren möchte, das kann sich durchaus sehen lassen. Wir können auch, wenn wir dickere Bücher haben, das Ganze einfach so scannen, ohne dass wir den Deckel schließen. Das macht überhaupt nichts aus. Auch hier nochmal ganz kurz das Druckergebnis. Scannen an dem PC ist hier möglich. Wir können hier den PC ansteuern. Wir können auch WSD ansteuern. Dann ID-Copy finde ich besonders cool. Ihr kennt das sicherlich, Ausweis kopieren. Man möchte beides auf eine Seite haben und nicht Papier verspenden. Und das Blatt nochmal einlegen müssen. Hier sehen wir schon Vorderseite. Vorderseite drucken, Start. Drücken wir einfach auf Start. Dann sehen wir schon Rückseite, drücken wieder Start. Und dann druckt ihr das Ganze schon. Und wir können den Ausweis ruhig an einer Stelle legen. Er versetzt automatisch mit der Software im Drucker diesen Scan, sodass es nicht übereinander liegt. Die WPS-Taste habt ihr schon im Einsatz gesehen. Damit können wir auf jeden Fall rucki zucki unsere Fritzbox verbinden. Dann haben wir natürlich den Öko-Modus. Damit kommen wir nochmal weiter als diese versprochenen 3000 Seiten. Ganz wichtig, die Menüsprache ist Deutsch. Wir können hier natürlich Kopierfunktionen, den Kopierer Setup einstellen, das System Setup, das Netzwerk, ob wir das über IP-Adresse laufen lassen wollen oder über WPS als WLAN-Drucker und, und, und. Die 100 unnützten Seiten können wir sofort stoppen, stopp, löschen, den Druck löschen. Hier können wir natürlich den Drucker zum Schlafen bringen oder zum Aufwachen. Wir können natürlich den Strom sparen, ist bei mir permanent aktiviert. Sobald ich über WLAN bzw. über die Fritzbox etwas drucken möchte, geht der hier automatisch an. Und natürlich unsere Feuertaste, um den Kopierer, Scanner, Drucker, Fax und so weiter zu starten. NFC, super praktische Geschichte in meinen Augen. Das Einzige, was ich schade finde, die Toner von meinem alten Samsung-Drucker passen nicht in den neuen hinein. Die haben das Design umgestellt, natürlich ganz ohne Eigennutz wahrscheinlich. Und Kaufgrund war für mich halt, dass ich nicht mehr das Kabel drinstecken haben muss, dass ich mehrere PCs, ich habe hinten noch ein iMac stehen, ich habe oben noch ein Laptop stehen, ich habe ein Handy, was ich gerne damit benutze bzw. die Sachen nicht erst auf den Rechner ziehen möchte, sondern direkt ausdrucken. Von daher ist es einfach eine geile Geschichte. Kommen wir also zum Fazit. Je nachdem, was man braucht, mit oder ohne Farbe, habe ich euch natürlich alles unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ich persönlich brauche keinen Fax, ich brauche keine Farbe und die Druckkosten liegen bei mir bei der Tonerbestellung ungefähr bei 0,4 Cent. Also nicht mal einen Cent, nicht mal einen halben Cent. Und das finde ich völlig in Ordnung. Das ganze Gerät ist solide gearbeitet, so wie man es von Samsung halt gewöhnt ist. Man verbringt nicht wertvolle Lebenszeit, um da irgendetwas einzurichten, sondern es funktioniert wirklich auf Anhieb. Ich brauchte keine Anleitung lesen. Es war übrigens auch keine dabei. Punkt Abzug in der W-Note. Ich habe etwas, das scannen kann, das flott druckt. Und wir sehen auf jeden Fall, das Papier wälzt sich hier nicht. Wir haben einen wunderbaren, funktionierenden Drucker ohne Druckkassette. Preisleistung bin ich mit zufrieden, Druckgeschwindigkeit bin ich mit zufrieden, die Scanqualität bin ich sehr mit zufrieden. Nicht so zufrieden bin ich damit, dass man eigentlich nur 1.000 Seiten drucken kann, mit meinem Trick aber auf über 3.000 Seiten kommt. Das sind so kleine Schlingels von Samsung, aber trotzdem kann ich es empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video gut beraten und würde mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Natürlich auch freuen, wenn ihr den Drucker über den Link kauft, weil ihr macht mit dem Ding auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Das war es von mir, euer Paul Kramer. Wir sehen uns morgen wieder hier auf VideoCheck. Und übrigens, mir wurde das Gerät nicht zur Verfügung gestellt. Ich kaufe die Produkte noch selbst. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank. ussch Untertitelung des ZDF, 2020